Dieses Video ist ein Teil einer Videoreihe, die ich mit befreundeten YouTubern gerne für dich aufgenommen habe und wo ihr was gewinnen könnt. Und es geht um das Thema Immunsystem stärken und es werden richtig coole Gewinne verlost. Und was musst du tun? In der Infobox haben wir alle Informationen nochmal schriftlich zusammengefasst. Es sind sehr, sehr viele spannende Persönlichkeiten dabei, die in ihrem Video ein Keyword nennen werden. Und dieses Keyword, das musst du dir merken. Und wenn du alle Keywords zusammen hast, dann schreibst du die an die E-Mail-Adresse unter diesem Video. Und daraus, unter diesen Rücksendungen, wird dann eine Verlosung stattfinden. Und jeder von den Freunden hat ein cooles Produkt, was du gewinnen kannst. Bei mir wirst du zwei coole Sachen bekommen. Erstmal ein cooles Supplement, von der Firma Orthomol wird es sein. Und eine zweite Sache, die auch sehr, sehr schön ist, das ist Immunsystem stärken, ein Test von Seroscreen. Das heißt, hier wirst du getestet, wie stark dein Immunsystem ist und was du vielleicht noch verbessern kannst. Das kriegst du von mir geschenkt. Und bei den anderen gibt es auch nochmal richtig coole Sachen. Das heißt, schau dir alle Videos an, schreibe das Keyword auf und sende dann alle Keyworder von jedem Video gerade an die E-Mail-Adresse. Also, ich werde dir in diesem Video vier Dinge sagen, die du ohne irgendwelche Einnahme tun kannst, die dein Immunsystem auf jeden Fall maximal nach oben bringen werden. Und nochmal fünf Supplement-Tipps, die dein Immunsystem so stark machen, dass du wie Wolverine regenerierst. Fangen wir an mit den ersten vier Tipps. Tipp Nummer eins ist, mache täglich morgens sogenanntes HIT-Training. HIT-Training ist wirklich das Training, wo man sagt, da hast du den maximalen Booster für deine Mitochondrien, für deine Kraftzellen im Körper. Hoch intensives Intervall-Training. 15 Minuten reicht, ist das allerbeste, was du an Bewegung machen kannst. Der zweite Punkt ist Schlafoptimierung. Schlaflänge, aber vielmehr die Schlafqualität. Tiefschlaf und REM-Phase. Hierzu mache ich auch noch eine eigene Videoreihe, aber Schlafen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der dritte Punkt, der für dich noch extrem wichtig ist, um dein Immunsystem richtig hoch zu fahren, ist, esse richtig gut. Und zwar mit dem sogenannten Intervallfasten, der 16-8-Methode. Das hat gezeigt, wenn du das machst, dass deine Entgiftungsprozesse, deine Regenerationsprozesse im Körper so viel sich verbessern, dass erstens eine Lebensverlängerung, aber auch eine Lebensqualitätsverbesserung und eine Immunsystemverbesserung geschafft. Das heißt, 16-8 bedeutet, 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen und das noch gesund. Perfekte Geschichte für dich. Der letzte, der vierte Punkt, der das Immunsystem so richtig nach oben schaukelt, ist, mach eine kalte Therapie. Kalte Therapie kannst du in der Kältekammer machen, aber auch mit kalten Duschen, kalten Bädern. Das ist ein extremes Immunsystem-Booster-System. Das heißt, diese vier Dinge, Schlaf, Kältetherapie, Ernährung mit der Intervallfastenmethode und natürlich noch diese Bewegungsmöglichkeit des HIT-Trainings, ist das, was ich dir empfehlen kann, um dein Immunsystem nach oben zu fahren, ohne jegliche Medikamentenbezeichnung. Und dann gibt es jetzt noch die fünf Supplementierungen, die ich empfehle, um das Immunsystem maximal nach oben zu fahren. Der erste ist eine Kombination aus den Sonnenhormonen oder Sonnenvitamin, Vitamin D plus K2 plus A. Hier wirklich diese Kombination, die ist sehr, sehr synergistisch, die passt wirklich gut. Diese musst du natürlich auch messen, wie hoch sind deine Werte. Also vorher checke das Ganze ab, ob du es brauchst oder nicht. Aber wenn du da zu wenig hast, ist das eine super Geschichte. Der zweite Punkt ist, habe ich auch im Endeffekt schon mal ein bisschen was dazu gesagt, aber die ist auch magic. Zink als richtiges Salz, Piculinat plus Kombination mit grünen Tee. Zusätzlich aber auf jeden Fall Querzetin, um als Ionophore das Zink in die Zette zu bekommen. Dann noch, wenn du sagst, du willst noch mehr, mit Selen und Vitamin B3. Eine sehr, sehr gute Kombination, um das Immunsystem wirklich maximal zu stärken. Magnesium. Magnesium ist immer ein Thema, besonders bei Männern oder wenn du Kreatin nimmst. Weil Magnesium ist für Stress und für deine Muskulatur unglaublich entscheidend, aber auch für die ganzen Immunsystemprozesse. Das heißt, ein richtig gutes, organisches Magnesium als Glycinat, als Orotard oder als Citrat. Das empfehle ich. Versuche es vielleicht in kleineren Dosierungen zu nehmen, weil wir keine Speicher haben am Magnesium. Das noch als Empfehlung kurz dazu. Dann der vierte Punkt, und da ist es wichtig, in der richtigen Konstellation das einzunehmen, sind sogenannte Omega-3-Fettsäuren. Wir sind viel zu stark noch überlassen mit ungesunden Fetten. Und dieses Omega-3-Fettsäuren-System hat einen Riesenvorteil für die Entzündungsprozesse im Körper. Für so viele Dinge, weil unser Körper besteht aus sehr, sehr vielen Fettsäuren, besonders auch im Gehirn. Und deswegen solltest du darauf auf jeden Fall achten. Omega-3-Fettsäuren. Hier, ganz wichtig, gibt es sogenannte EPA und DHA. Und hier mehr DHA. Das ist zum Empfehlen von der Struktur viel DHA. Das ist wirklich das Beste von den Fettsäuren. So, und der letzte Punkt, der mir noch wichtig ist, das ist der fünfte, ist eine Kombination aus Curcumin und Bromelain. In öliger Basis, um das auch wirklich aufzunehmen. Hier hast du wirklich richtig, richtig gute Regeneration für den Körper. Sehr, sehr gute antioxidative Wirkung. Und das ist das, wo ich sage, hey, das sind so die wichtigsten Tipps für das Immunsystem. Wenn du was tun möchtest, du musst nicht alles auf einmal tun. Aber mach dir so einen Baukasten, wo du sagst, dein Immunsystem peu à peu aufbauen und vorher immer messen, ist das für dich eine Sache, die du benötigst oder nicht. Ja, wenn du dazu Fragen hast, stell dir natürlich in die Kommentare. Und natürlich schau die anderen Videos von den YouTube-Freunden. Alle sind unter diesem Video in der Infobox. und viel Erfolg beim Gewinnspiel. Mach's gut, dein Frank.